Tag zusammen! Das hier ist ein Livestream-Ankündigungsvideo mal wieder, mit einer ultrageilen Grafik im Hintergrund, die richtig krass Arbeit gekostet hat. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, ich glaube fast eine Minute, glaube ich. Ja, könnte hinkommen. Jedenfalls ist das ein Ankündigungsvideo für einen Livestream, der stattfindet am 8.5., am Mittwoch, den 8.5. um 21 Uhr. Ich werde Binding of Isaac zocken, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, mal gucken. Und ich weiß auch noch nicht, wie lange der Livestream gehen wird, ein paar Stunden, ja, ich denke mal ein paar Stunden wird er gehen. Je nachdem, wie ich Bock habe, ich werde nicht aufzeichnen, weil das scheiße ist, bzw. das ist nicht scheiße, aber ich muss dann alles auseinanderschneiden, ach, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Ich werde einfach Livestream-Exklusiv Binding of Isaac zocken, keine Challenge, glaube ich. Und dann noch vielleicht ein paar andere Spiele. Die Musik im Hintergrund werde ich vielleicht auch spielen, die hört sich richtig geil an. Äh, ja. Link zu der Musik packe ich auch in die Videobeschreibung, falls auch jemand cool findet, kann man sich kostenlos runterladen, habe ich bei YouTube gefunden. Und sonst gibt es eigentlich nur zu sagen, Mittwoch, 8.05.21 Uhr angucken, bei NeoVLP auf Twitch. Ich schreibe den Link von Twitch natürlich auch noch in die Videobeschreibung, wie immer. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann sehen. Also, bis bald. Ciao.